hallo und herzlich willkommen zurück will ich hoffen denn das würde bedeuten ihr wart letztes mal dabei und das würde ich echt knocke finden ja creative ist heute wieder mit dem pacotra hier auf dem bildschirm ja letztes mal waren wir noch so ein bisschen aufgeregt alles war neu für uns und wir haben nicht so viel geschissen bekommen ehrlich gesagt ich laufe schon ein bisschen raus und der pacotra läuft ein bisschen rum und ich fange dann auch mal an gut in den beiquatschen was ist mit pilze gute idee pilze braucht man immer ich werde noch ein bisschen und dass wir die essen können wir haben keine weins wir brauchen auch ganz viele weins dafür suche ich mir ein baum mit weins aber ich könnte auch meine leiche noch mal plündern vielleicht finde ich auf dem weg zur leiche noch wollen wir zusammen zu meiner leiche da können wir nicht machen aber ich muss jetzt gucken was das für ein gelber block auf dem baum ist und ich hast du honig gefunden nimm den honig mit davon können wir damit können wir später kisten bauen und die brauchen wir unbedingt ich habe ich habe ich muss gestehen tut mir leid leute da draußen ich habe ein bisschen offscreen gespielt um klar zu kommen und ja ich will euch ja auch was zeigen können ja mutter ist er so ist echt man ich bin zu cool aus ich wollte noch ein bisschen trollen was meine blätter wo die brauche ich noch zu messen fisch an bedauern nein du bist nicht da auch du bist nicht da sind noch ein paar braune mushrooms ja da ist ein brauner mushroom ansonsten ein sapling habe ich gefunden ich habe sehr geil lief 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 das ist eine mütze oh ich habe jetzt auch nämlich herausgefunden man kann pilze essen das habe ich aber auch zuerst bei einem anderen let's player gesehen habe ich doch gesagt hast du ich habe ja nicht so gehört tut mir leid wir haben raus und dann die grünen waren so süß wo bist du da hinten offen dass wir uns oben auf punkten sehen ja genau so können so haus nicht markieren doch wir können teleporter setzen hast du den teleporter noch wir können es auch einfach abbauen und das mitnehmen ja stimmt auch wieder und obwohl wollen wir wollen wir wollen wir auf dem werfen stehen auf dem hügel ich dachte gucken uns ein bisschen dagegen und gucken uns also finden ja dann lass uns mal aber den weg einschlagen und so mein kisten und alles ja klar später dann also erstmal müssen wir ein bisschen was im crafting table freischalten also ich hab dann kürtig ja aber da drin in dem crafting table muss noch rezepte freischalten indem du irgendwas machst hey meine leiche ist angeblich hier schon wenn wir den stören meinst du da alles ja klar kürtig ist da oben ein kürftigen tippeln ja da ist auch ein kräftiger ok den kann man auch nicht ab und habe ich herausgefunden mit dem nächsten update kann man den ab das heißt wenn ich meine jetzt setze kann ich den nicht abbauen wo sind das da da ich habe irgendwas was ist das wo sie sind alles noch da ich habe sogar war alles gehalten wo ich habe einen braunen pilze gefunden 1 habe ich ein messer an ich habe ein messer ich habe ein messer die hast du doch letztes mal gesucht ja die braunen pilze die brauchen wir auch für die ersten sachen zum craften die habe ich gerade gefunden das ist voll geil wenn du hier so sprint ist und dann springen kannst boah fallschaden des todes kann ich schwimmen oder saufig was ist denn das das ist ja cool du hattest doch letztes mal obsidian gefunden ja in der hülle das können wir mit einem extractor abbauen den können wir bald bauen und das sollten wir auch machen weil da können wir die dritte stufe von diesem abbau upgrade bauen ich habe pilze unter wasser gefunden wenn man unter wasser ist verliert man auch energie okay also hat man keine extra wasseranzeige ich gehe noch mal das ist natürlich ein falscher wald wollen wir noch mal in den wald gehen und ein paar wines besorgen weil ich meine davon brauchen wir noch recht viel auf dem weg dahin einfach gucken wo wir hinkommen was sind eigentlich das für blaue blöcke die da oben hängen ähm blaue blöcke habe ich habe ich habe ich in irgendeinem kommentar von einem anderen wieder gelesen ähm dass man da die nur mit einem extractor abbauen kann das ist für ein block ich habe hier so blüten blue flower ja wo ist er denn hier schon wieder warte oh du bist so weit weg dass du mir doch da hinten du bist immer kleiner wir müssen aufpassen dass wir uns nicht verlieren ja oh hier sind pilze überall aber ich weiß wie die aussehen pilze sind natürlich auch wichtig ich habe rote blaue grüne schwarze ich habe eben auch die sonne gefunden die stand eben noch im zenit das war allerdings vor der aufnahme jetzt ist die sonne da hinten glaube ich das dauert nicht außerhalb der aufnahme hier ja kurz vorher ganz ganz kurz vorher du gehst da nicht bei haha wo ich nach 1 1 das ist gut also die diese grünen leafies heißen die glaube ich kiste naja willst du eine kiste du und ich habe dir die letztes mal geklaut ich habe schon welche kannst du holen ich habe noch ein paar serialwehr was für das wird dunkel scheiße ach du schade mal die aufnahme fünf minuten gegangen und es wird schon wieder dunkel dann würde ich sagen wir holen es noch ein bisschen kargut chargut oder wie das heißt dann bauen wir uns upgrades du hast ein crafting table dabei sagst du ja aber ich weiß halt nicht ob ich den abbauen kann ähm dann müssen wir um ein crafting table umzubauen dann nehmen wir einfach diesen hier bei mir wenn du da mal kurz zu mir kommst da brennt es ja aber jetzt wird nacht ich baue uns schon mal einen kleinen unterschlupf das war ein monster was gebrannt hat ich baue hier mal ein bisschen erde ab und baue uns einfach ein dach hier drüber das alles gut ähm ich bin gerade schon ein bisschen am erde abbauen damit wir ohne das nicht das hier nehmen wir naja ich baue mich hier runter manchmal springt der richtig hoch habe ich das Gefühl ja habe ich auch das Gefühl also ich baue uns jetzt erstmal ein haus aus dreck da unten bist du hey wie hast du den crafting table da runter gekriegt der stand hier schon ich baue jetzt ein haus da umzu der wird aber nicht angezeigt auf der karte ne bei mir schon wie viel grau am dreck habe ich denn jetzt da bauen wir lieber erst eine mauer außen rum ja kannst du da unten abbauen oder fällt der denn runter 16 dreckblöcke und 29 grasblöcke habe ich noch wen kann ich abbauen den block da unter oder fällt das ding dann runter weiß ich nicht das weiß ich leider nicht erst mal dreck ne der bleibt stehen brauchst du es zu ja oh was kann man hier machen basic ich kann heil potions bauen oh kannst du schon heil potions nicht schlecht ja oder ne ich brauche sieben pilze ne sieben von ich brauche sieben und hab zwei ja ne ich habe sieben pilze ich brauche zwei pilze zwei pilze und drei wetflow ich kann insgesamt drei heal potions bevor du die heil potions machst dann bau dir das upgrade zum abbauen diese batterie ist das machines unter machines ist das was soll ich mir holen was für ein upgrade wieso kann ich nicht wovon redest du wo ist denn der crafting table warum sehe ich den nicht mehr der steht doch hier vor uns ich glaube ich habe einen bug siehst du mich ja dich sehe ich der steht jetzt direkt da vor mir ja ich kann da auch nicht durchgehen aber bei mir ist er leider verschwunden dann baue ich hier die blöcke ab oben rum ist das wieder da was ist das da ist was auf der karte aufgeploppt ganz kurz ja das habe ich auch gesehen in richtung von hier aus genau Richtung osten hm ich brauche mal lieber über uns zu alles ja ich habe keine blöcke mehr was ist denn da los ja da wird er mir auch gleich markiert sehr schön ja da bauen wir einfach lieber vor uns runter wir brauchen nämlich noch eine größere decke hast du noch hier blöcke ich habe noch gasblöcke ja ok was soll ich für ein upgrade bauen und kaufen was meinst du ähm warte da habe ich wo den mini cell und ja die mini cell die brauchst du was ist die damit kannst du gleich stein abbauen dafür brauche ich sechs grasblöcke und noch ein quad wood hast du noch einen grasblock für mich ich kann dir die leider nicht geben hatte ich habe einen grasblock sonst bau dir die ab aber ich habe ich gesagt um fünf warte ich baue die unten drunter ab oh das ist noch ein pilz das ist erde kein gras das ist ein unterschied zwischen gras und erde ja ja aber hier sind noch grasblöcke und wackelt denn der block hier hinten so der hängt irgendwie in der luft aber das ist ein bug hey was warum haut mich hier jemand was ist das hier warum ist das ein monster oh nein oh hier ist noch offen du hast ein monster reingelassen muss das drin das haut mich oh man dann bringe ich noch ein paar das ist tot ja kann hast du noch ein teleporter kannst du bitte setzen wie sind wir hier reingekommen teleporter müsste im inventar sein warte ist das nicht mit t sag mal haben wir unser haus direkt über dem spawnen gebaut ist ja witzig und direkt in unserem alten haus gespawnt ich habe ein touchstone meinst du das ding was ist das äh great touchstone den brauch ich ja und die kann ich einfach dahin bauen naja mach mal und dann teleportiere ich mich dahin 6 steht er habe ich kann ich den wieder abbauen ne lass 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 ich teleportiere mich gerade dahin sonst lang ich meine ich wieder abbauen kann nachher teleportation canceled wieso weil ich mich bewegt habe auch so kannst du später wieder abbauen ja du hast kurz ein leck gehabt so was brauche ich jetzt ich brauche noch einen holzblock setzt mal einen holzblock bitte hin und einen grasblock bist du da äh ich habe ja ein holz ein gras habe ich noch ja dann lockst du das ding wieder ab kann ich nicht abbauen so take over ich kann ihn nicht abbauen doch den deadbauter kannst du abbauen hast du doch gerade oder nicht nein dann mach dir erstmal die allergieße ach ich kann ihn neu setzen oder kann ich mehrere setzen so ähm ich brauche immer noch ein holz und einen grasblock setzt mir mal einen holzblock hin bitte gras ist hier noch einer holz äh ja ich habe genau ein holz da hast du Glück dann setzt den mal hin so und ich buddel mich jetzt äh nach unten von hier aus und was bringt mir das ding jetzt nochmal du kannst gleich steine abbauen damit können wir fucking bauen scheibenhonig können wir nicht also ich kann keine fucking bauen mir fehlt moos und kargold nicht ich kann keine steine abbauen nicht es wird natürlich dunkel hier weißt du warte ich wage mich nochmal nach draußen und hole mir ein bisschen holz das ist nicht mit mir was denn ich habe noch zwei echt naja willst du welches haben ja bitte für was brauchst du das fucken aber ich brauche ich brauche auch anderes holz dieses weiße das ist das weiße ähm wie viel brauchst du weiß ich gar nicht guck halt ähm guck mal kurz in den crafting table da kann man sich ähm fackeln bauen moos torch heißen die da brauche ich moos holz und crack crack wood wenn du eine cold torch machen kannst mach eine cold torch was ist ein wood root habe ich nicht wood root missing kannst du einen processor bauen prozessor ist denn der ne dafür brauchst du stone stein stone stone na gut ohne licht nix ist los ne da ist stein ich nehme mir mal ein stein was bedeutet denn das wenn da missing draufsteht dass du das nicht hast und jetzt sag mir mal eher wie ich meinen teleporter wie abbaue dann kannst du neu setzen meine ich hey wieso kannst du steine abbauen und ich nicht weil ich den weil ich die batterie habe hab ich du hast sie jetzt noch nicht ne ne du hast gesagt ich soll das mini die dingsbums bunt werden ach so die musst du ausrüsten stimmt habe ich vergessen dir zu erzählen nicht das ist dieses kleine teile mit dem blauen kopf blaue kreis warte das sieht aus wie ein buch was blau wo die seiten blau leuchten so ähnlich so könnte man sagen ich nicht es habe ich nicht echt nicht ich habe das aber gecraftet stimmt du musst noch mal auf den crafting table und auf collect items gehen dann geht das oh dann habe ich voll viel dann habe ich so ein Mist ey kein holz mehr haben wir noch irgendwo holz hast du noch holz crackwood brauche ich allerdings crackwood crackwood ich habe noch dieses weiße nur das weiche kein crackwood kacke mach das doch mal hier weißt du wat ich wage mich noch mal nach draußen ich habe ja ein holzschwert mach das nicht auf fünf achtung die tür ist auf ne äh was kann ich da nicht hoch ach da ist noch ein kleines oh da ist ich habe das jetzt als waffe ausgerüstet oder als zweitwaffe was mache ich jetzt denn jetzt kannst du stein abbauen achtung achtung hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ich will auch rein wieso kann ich nicht mehr sehr gut sehr geil so ich kann kein stemmen ach doch jetzt das ist anders kein stein der weiß kann ich ja nicht sehr gewährt das finde ich gut jetzt kann ich auch dieses fossile ding abbauen oh geil perfekt supi dupi so ist das krackvoll es ist halt gut dass du auch nicht unbedingt hier spitzhacken und so brauchst du hast halt nur dieses eine dinge so sieht bei starboard und so ein bisschen ja so eine mischung aus starboard und minecraft ist eigentlich voll geil du triffst es auf den punkt genau das gleiche habe ich auch schon gedacht ich habe mich da ich habe das noch nicht geäußert aber genau das gleiche habe ich auch gedacht extractor kann ich nicht bauen dafür brauche ich slaps wie brauche ich slaps ähm ich baue gleich einen prozessor ich schaue mir jetzt äh holz ab und baue ich gleich einen prozessor ja ja den könnte ich auch ich muss jetzt ja raus ich kann ja nicht anders was bringt uns der damit können wir slaps herstellen da macht dieser hässliche block in der gegend drum der gegend brucht in der hat aber was ich ein bisschen blöd finde ist dass die blätter nicht despawn wenn man das finde ich auch ein bisschen dumm ähm holz abbaut also das ist man ja von minecraft gewohnt und es wäre schon cool wenn die das machen sonst müssen wir uns tnt herstellen und die blätter nicht habe ich schon bei aha sehr gut ich glaube wir gehen jetzt ein bisschen schneller die baumwipfel in die luft sprengen ja hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm wenn wir nachher eine feste wohnung haben dann ist das schon wichtig ja finde ich auch dass die umgebung auch schön aussieht meinst du ja weil hier ist jetzt ja nicht so wild ne weil ich habe gar keinen Bock jetzt jeden baum komplett abzubauen guck mal wie groß manche bäume sind ja ich weiß ich bau grad einen großen übrigens bei 17 minuten gleich echt dann machen wir diese folge jetzt mal ende würde ich sagen ähm vielen dank für das kommst du einen Unterschlupf ja ich komm gleich nach hause mama ich meine halt nicht dass wir jetzt kurz pause machen ja hast recht ne hast recht ich komm erst zurück und dann machen wir zu ende ich komm hier nicht mehr rein 17 minuten schon wieder wir wollen noch 15 minuten folgen machen manch doch manch doch gut dann seht ihr nächstes mal wie wir ja oh hallöchen fackeln und einen Prozessor bauen würde ich sagen das seht ihr nächstes mal ich hab keinen Bock genau ich bedanke mich fürs zusehen und Kinsey auch ja ich bedanke mich auch sehr fürs zusehen schaltet nächstes mal wieder rein wenn es heißt ähm Creativerse mit Pacoedra und Kinsey reingehauen bis dann ciao Bis zum nächsten Mal.